hallo liebe kolleginnen kollegen da seid ihr ja hallo herzlich willkommen hier bei der igb ce bws habt ihr lust auf bildung habt ihr lust auf qualifizierung und weiterbildung dann seid ihr hier bei uns genau richtig mein name ist helmut krimp ich bin seit 28 jahren betriebsrat bei der kontinental in hannover stöcken bin seit 20 jahren freigestelltes betriebsratsmitglied und zurzeit der stellvertretende vorsitzende ich engagiere mich noch weiterhin im verwaltungsrat der prunova bkk und bin ehrenamtlicher sozialrichter am landessozialgericht niedersachsen bremen und ich teame seit über 20 jahren für die igb ce bws und möchte euch heute an dieser stelle ein ganz besonderes seminar vorstellen der br2 betriebsrat in personellen angelegenheiten ist das basis seminar was ihr für eine erfolgreiche interessenvertretung im betrieb unbedingt braucht die mitbestimmung bei einstellungen versetzungen umgruppierung und bei kündigung ist das a und o in unserer betriebsratsarbeit und dieses wissen ist unerlässlich wenn ihr für die belegschaft in zukunft eine super arbeit leisten wollt wir müssen auf augenhöhe mit dem arbeitgeber hier verhandeln können und ihr braucht das fachwissen aus unseren seminaren und ich lade euch ein geht zum br2 und lernt die personelle mitbestimmung kennen wir freuen uns auf euch auf euch Untertitelung des ZDF, 2020